Hey, hallo, hallo! Diesmal geht es um das Thema Fotos und Videos für deinen Internetauftritt, für deine Internetpräsenz. Ein Bild zeigt mehr als 1000 Worte. Am besten sind es deine Worte und das in der Sprache deiner Kunden. Schon beim ersten Photoshoting können Foto- und Videomaterial für all deine Plattformen und für die nächsten Wochen und Monate entstehen. Es ist deine visuelle Präsentation für Neu- und Bestandskunden. Professioneller Fotograf oder selber machen? Ganz klarer Fall beides. Ein ordentliches Profilbild, auch wenn du nur deine Homepage umsetzen möchtest, gehört auf jeden Fall dazu. Ich rate meinen Kunden meist, nach einem ausführlichen Interview gleich Bildmaterial für alle Jahreszeiten und einigen branchenüblichen Situationen anzufertigen. Im Winter kommt einfach ein Kurzabendblöd und im Sommer ein Profilbild mit Plüschwintermantel ungut. Je nach Branche kann auch sein, dass saisonabhängiges Material notwendig ist, zum Beispiel in der Landwirtschaft oder im Tourismus. Doch um ein ganzes Jahr Content zu haben, rate ich auch dringend, selbst Bildmaterial mit dem Smartphone zu erstellen. Wir holen uns wieder das Wort Sozialen aus sozialen Netzwerken in Erinnerung. Dein Besucher möchte auch gerne einen Einblick in deinen täglichen Arbeitslauf erblicken. Das wird wohl ein bisschen dein Budget sprengen, wenn du täglich einen Fotografen oder sogar einen Videograf buchst bei Influencern und Leuten mit vorhandenem Kleingeld absolut üblich. Lass dich nicht blenden. Von dem, was du in professionellen Kanälen im Internet siehst, achte bitte auch darauf, dass dein Fotomaterial relativ aktuell ist. Ein Profilbild hat auch einen Wiedererkennungswert. Wenn du in der Öffentlichkeit bist, natürlich darfst du gerne erkannt werden. Nicht immer ist große und schwere Hardware für den Fotografen notwendig, allerdings von Kunden sehr gerne gewünscht. Bedenke bitte auch, nicht die schwerste Kamera macht die Fotos, sondern oft geht es auch um das Konzept und die Kreativität. Lasse deine Kunden nahe an dich und deine Tätigkeit heran. Bei einem Projekt für eine malende Künstlerin hatte ich die Kamera nicht mal verwenden können. Hier musste es das Smartphone sein. Und eine leistbare Alternative, um ganz nahe an ihre Werke heranzukommen. Portrait und Co. wurden dann mit großer Ausrüstung erstellt. Fotos oder Videos? Am besten beides. Inklusive Making-of und Behind-the-Scene Material. Also einfach lass deine Kunden auch hinter die Kulissen blicken. Das Handy kannst du immer für ein paar Videosequenzen mitlaufen lassen. Sobald du ein kleines Fotoset hast, um selbst Aufnahmen anzufertigen, kannst du auch gleich ein Videomaterial dabei machen. Ich bin ganz beeindruckt, ich glaube, ich bin sehr über die Kulissen. Ich bin sehr sehr froh, aber ich habe beide Kulissen schon gemerkt. Ich bin sehr von oben in der Kulissen, aber ich bin sehr froh, aber ich schätze sie Die Kulissen wird einfach hierher.